Gretel Dagmann. Der Reichstrainer. Genau der. Es muss doch irgendjemand geben, der besser ist als diese Jüdin. Wir hätten eventuell eine Kandidatin für Gold. Weiß außer den Ärzten jemand Bescheid? Wenn Sie einverstanden sind, biete ich Ihnen meine Hilfe an. Allerdings müssten Sie dafür ja die Umfahrt an seinen Dienst erweisen. Ich bin übrigens Gretel. Glaubst du, ich weiß nicht, dass du Jüdin bist? Es geht hier um Sport und nicht um Politik, meine Herren. Es geht darum, das eine mit dem anderen zu verbinden. Perfekt, Gretel. Sehr gut, Gretel. Weiter so, Gretel. Das ist ein selten blödes Schandmoll. An deiner Stelle wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie holen eine Medaille. Dieses ganze Geschwätz von der Überlegenheit der arischen Rasse wäre doch dann nicht mehr zu halten. Das lieben wir mal, Marie. Wie soll ich sagen? Ist mir irgendetwas aufgefallen? Nein. Ich wollte Sie früher sagen. Wer weiß noch Bescheid? Warum brechen Sie mir nicht gleich die Beine? Sie wollen mich doch gar nicht in Berlin. Du wirst dich jetzt doch wohl nicht unterkriegen lassen, ne? Also, zeig sie Ihnen. Sie sind eine große Hoffnung für viele Gretel. Die Beine. Untertitelung des ZDF, 2020